Die Schoßhunde Roms wuselten bei Festgelagen zwischen den Gästen umher. Die Lieblinge wurden vermutlich, wie niemals zuvor in der Geschichte, mit Luxus überschüttet und verwöhnt. Doch nicht allen Römern stand der Sinn nach solchen Hündchen. Auch Jagdhunde hatten ihren festen Platz. Windhunde waren beliebt, ebenso wie Bluthunde und Bracken. Oder massige Molosser, die unerschrocken auch Wildschweine anfallen. Der auf Angriff trainierte Molosser stand auch zur Unterhaltung der Massen, hoch im Kurs. Die Römer setzten sie in der Arena ein, wo sie mit Menschen, Löwen und Bären kämpfen mussten. Die Schoßhunde Roms wuselten bei Festgelagen zwischen den Gästen umher. Die Lieblinge wurden vermutlich, wie niemals zuvor in der Geschichte, mit Luxus überschüttet und verwöhnt. Doch nicht allen Römern stand der Sinn nach solchen Hündchen. Auch Jagdhunde hatten ihren festen Platz. Windhunde waren beliebt, ebenso wie Bluthunde und Bracken. Oder massige Molosser, die unerschrocken auch Wildschweine anfallen. Der auf Angriff trainierte Molosser stand auch zur Unterhaltung der Massen, hoch im Kurs. Die Römer setzten sie in der Arena ein, wo sie mit Menschen, Löwen und Bären kämpfen mussten. Die Schoßhunde Roms wuselten bei Festgelagen zwischen den Gästen umher. Die Lieblinge wurden vermutlich, wie niemals zuvor in der Geschichte, mit Luxus überschüttet und verwöhnt. Doch nicht allen Römern stand der Sinn nach solchen Hündchen. Auch Jagdhunde hatten ihren festen Platz. Windhunde waren beliebt, ebenso wie Bluthunde und Bracken. Oder massige Molosser, die unerschrocken auch Wildschweine anfallen. Der auf Angriff trainierte Molosser stand auch zur Unterhaltung der Massen, hoch im Kurs. Die Römer setzten sie in der Arena ein, wo sie mit Menschen, Löwen und Bären kämpfen mussten. Römer synchen. Die Römer setzten sie in der Arena ein.